Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und ja was habe ich heute für euch einen älteren Raid wieder vom letzten Vibe noch. Da war ich mit Klaus und Rico, waren wir auf FUTS unterwegs, war ein echter Krimi, wir hatten es mit einem Sniper zu tun, der uns immer einen Schritt voraus war und ich hatte auch viel zu wenig Munition eingesteckt. Ob der Sniper am Ende clever genug war, werdet ihr sehen, wenn das Video vorbei ist. Viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless. Wer ist denn ohne Rucksack? Das bin ich. Na dann lass uns zum Dorf, dann kannst du ins Kess abknallen. Ich bin eigentlich eher auf Kils aus. Achso, na dann lass uns zur Segemühle. Na gut, los. Mann, diese Frauen, nicht von schnellen Entschlüssen. Ich finde das praktisch, ohne Rucksack. Ja. Ich auch. Kann ja keinen Loot mitnehmen. Super. Dann kann ja keiner in den Rucksack klauen. Ja, ich bin auch nicht zum Looten hier. Da schnauft Klaus. Klaus ist schon wieder voll mit Loot. Oh, was sehe ich denn da? Kühlwüsse. Wo? Da sag ich nicht. Auf dem Schlafsack komme ich. Ich kann es nicht für mich behalten. Achso. Ich denke, hier könnte jemand von Jägers Camp kommen, von der Seite. Ich, ähm, weiß nicht. Hm. Links, Jäger Camp, Schüsse. Eher so die Richtung. Das war aber ein bisschen weiter weg, oder? Ja. Ja, hast recht. Ja, das stimmt. Geh ein bisschen weiter. Oh, scheiße. Was denn? Kev? Hab ihn erschossen. Hättest du lassen können als Warnung, als Wecker, sozusagen. Hm, ja, stimmt eigentlich. Nicht zu spät dran gedacht. Ach, die ganze Runde hat er versaut. Ja, ja, jetzt können wir gehen, Klaus. Komm, wir lassen uns erschießen. Tut mir leid. Ja. Kommen, wir gehen zur Mühle. Ich hab die so hergebetet. Ja. Das war Mühle. Das war Mühle. Das war Mühle. Holzhof. Sind, äh, am Weg. Alles klar. Oh, da unten läuft einer. Am Hedge-Ding. Oh, ich bin tot. Oh. Von wo? Ich weiß nicht. Von der anderen Seite, schätze ich. Ja. Rennst du? Mist. Ich renne, ja. Okay. Scheiße, fuck. Ich hab's bloß gehört, als hätte jemand ein Holz gefällt. Ja, 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 das hab ich auch gehört. Genau das. Spook 666. Du liegst, äh, an der Straße, oder? Ich lauf mal runter zum Haub. Oh. Das ist Kev bei dir. Klaus, an der Straße, oder? Ja, auf dem Weg, äh, zum Holzfällerlager, von deiner Richtung aus gesehen. An der, am, 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 am Fluss, also am See. Am Weg. See, an der Straße, ja. Guck, da vorne ist schon wieder Action. Okay. Mit was hat er dich erschossen? M61. Hm. Headshot. Ja. Da vorne sind Leute aktiv. Ja. Du schießt? Ja. Hm. Mir gefällt meine Position hier überhaupt nicht. Nee, mir gefällt auch nicht, dass du so weit vorgerannt bist, ehrlich gesagt. Das gefällt mir auch nicht. Ich sitze hier hinter diesem Stein, weißt du? Okay, soll ich mal wieder hochkommen? Ja, ich glaube, es ist besser. Du, M61, der... Ich glaube, der ist hinüber. Oh, der Sniper ist noch da. Hinter mir schlug irgendwas ein. Ja, der hat bestimmt auf dich geschossen. Ja, ja, natürlich. Ich renne mal ein bisschen in den Wald wieder zurück. Ja, alles klar. Ich sehe dich, ich sehe dich. Dann komme ich jetzt zu dir. Ich würde sagen, wir gehen... Wir gehen dann hier rechts an dem... Jetzt hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ich bin vor dir, direkt vor dir. Ja, ich sehe dich. Wir gehen hier an einem kleinen Schiff vorbei, an dem Felsen. Ja. Dann gehen wir rum und ziehen ihn ab. Ich kann auch mal versuchen, ob ich ihn hier vielleicht sehe. Hast du ein Skop drauf, ein ordentliches? Na, ich habe eine Mosin. Na klar. Was denkst du denn? Ja, dann mache Auge. Mache ich auch. Ach Gott, aber ob ich da was sehe. Oh, pass auf, dass Auge dich nicht sieht. Ja, ja, Fünf ist das. Hast du was gesehen? Nicht wirklich. War mir nicht sicher, habe einfach mal geschossen. Ich sehe nicht wirklich was. Oh, die Sicht ist übel klar, ey. Mhm. Heftig. Er lacht sich ins Fäustchen. Ideales Sniperwetter. Mhm, ich glaube es auch. Es wird nicht einfach. Es wird kein Zuckerschlecken. Das wird kein Zuckerschlecken. Na gut, aber halt mal ran. Ich hau mir nochmal ein Spitzbügel rein. Ja. Aber wenn wir rankommen, hat er verspielt, also tot. Das stimmt. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Die Tendenz geht zur Zweitwaffe und er hat noch was Schnelles mit. Wir müssen ihn pushen, ne? Ja, ja. Mehr oder weniger. Oh, Schüsse wieder? Auf uns oder auf mich? Ich habe nichts gehört. Aber ich? Hab auch du gesehen. Oh, okay. Ich weiß nicht von wo, keine Ahnung. Irgendwo anders. Ich muss mich heilen. Ich glaube von rechts oben, aus den Dörfern da. Ich bin ganz schön angehittet. Ei, ei, ei. Du bist ja aber auch unten. Ich bin ja auch direkt unterm Felsen vorbei. Naja, ich will ja auch irgendwann mal ankommen. Also oben rechts. Richtung, ja neues Gebiet, sag ich mal. Von da oben hat mich was angeballert. Meine Amor ist komplett runter. Ich werde jetzt wegrennen und du kannst ja mal versuchen, ob du den ausmachen kannst. Ich komme hier nicht mehr raus aus der Kiste. Er ist irgendwo Richtung da oben. Ja, hier kenne ich mich nicht aus. Ja. Ich weiß nicht, wo die hier alle sitzen. Außerdem ist da unten der Sniper noch. Der wird auch den Felsen hier wahrscheinlich im Auge behalten. Also auf jeden Fall schießt er jetzt nicht mehr auf mich. Vielleicht denkt er, er hat dich gelegt. Warte mal. Sitzt du da am Felsen? Ja, ja, ja. Ich sitze hier. Dich sehe ich. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Warte mal. Bin mir nicht sicher. Ja, okay. Hinter uns ein schrotziger Scav. Das hört sich an. Jetzt wird er von hier oben kommen. Ein Sniper Scav vielleicht. Ah, das kann sein, ja. Das stimmt. Er sitzt über dir. Scheiße. Wir warten mal. Mal sehen, ob er kommt. Ich kriege mal ein bisschen den Berg nach unten. Oh. Du kriegst er auf mich? Ja. Oh. Ich glaube, die kommen von dem Felsen da vorne. Wo wir herkommen sind. Oder? Ey, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Hm, okay. Verstehe. Copy. Kann es nicht. Warte, ich habe was rennen hören. Warst du das? Doch, ich habe ihn gesehen. Ich weiß, wo er ist. Ja, wo ist er? Wenn du... Was? Wenn du Richtung... Ich pushe nach oben. Warte, sei vorsichtig. Du hast auf der anderen Seite der Straße gegenüber. Da ist doch so ein Felsen, wo du auch so einen Spawnpunkt hast. Ja, verstehe. Da ist der. Da stand er auf dem Felsen oben. Hm, alles klar. Copy. Ich bin schon fast unter dem Felsen. Okay. Ich bin ein bisschen in die Richtung gerade gereiht. Ich muss mich noch zusammenflicken. Ja, dann mach das mal. Ich halte die Stellung. Ich weiß nicht, ob ich ihm eine aufgezwirbelt habe. Hm. Kann schon sein. Ah, schön. Ich habe ihn rennen hören. Ähm, wahrscheinlich hat er auch nicht... Ruhig, ruhig, ruhig. Heil du dich. Ich habe ihn gehört. Scheiße. Ich sehe ihn. Er ist unten Richtung Sniperfelsen. Okay. Haben wir zu mir auch was? Nein, nein, nein. Äh, Sniperberg. Oder wie sich das schimpft. Ich habe ihn gesehen. Oder es sind vielleicht sogar zwei. I don't know. Okay. Ja, ich bin tot. Ich habe einen Headshot gekriegt. Okay. Shit. Ja, äh, zu dem kleinen Sniperfelsen. Sniperberg da, weißt du? Ja, ja. Da ist er. In der Linie von dir aus. Genau in der Linie. Du hast mich doch hocken sehen an dem Felsen. Ja, natürlich. Und ich sage ja, von dir in der Linie zu diesem Sniperberg. Da. Und ich liege... Ja. Bisschen rechts von der Linie, sag ich. Ich höre sie. Ja, M61. Zwar heißt er. Er ist tot. Spook 666. Hatte der dich auch, Klaus? Ja, ich glaube, Klaus auch. Na? Waren das zwei? Ich würde es fast sagen. Ich kann es nicht genau sagen. Oh ja. Ja. Na? Waren zwei. Es schießt noch was. Ja. Oh ja. munition geht langsam zur neiger ich nur müsste der steckt auch dort wo der andere war ungefähr die sind beide zusammen da so ich sag mal von dem berg wo du den gespottet hast von da aus richtung sägewerk unter da unten waren die beide glaube ich der eine war ja oben auf dem berg ja entweder diesen beide darunter gerannt oder nur einer und 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 ich glaube ja ergibt sich doch größt ja ich hoffe er ist es naja eine m700 hat er alles klar aufsetzen meine ich 47 45 Danke, Master, danke. Was meinst du, ist das leiser als sonst? Das dachte ich mir, ich wollte es vorhin schon eigentlich fast sagen. Ich wollte es schon eigentlich sagen, weil der hat uns so weit beschossen, da auch als wir zurückgerannt sind, beziehungsweise du, ne? Da dachte ich mir schon, dass der ja mal hat. Ich wollte mal versuchen, um ZB014 rauszukommen. So klar, jetzt mach das. Ey! Ey! Gibt's doch nicht. So. 1,2,3,4 4 Spieler habe ich erschossen, aber andere waren auch ein Spieler, eine weise Runde würde ich sagen.